Heute in diesem Video. Und es klang jetzt einfach viel besser. Schau mal, wir sind hier am sonnigen Abend. Richtig schön. Und, ähm, hol mal die Tür zu. Wäre richtig toll. Außer eigentlich im Wetter geht's. Um UKW, was ist DHB Plus? Also ich hab hier auch ein UKW-Radio. Und wir machen mal laut. Das läuft Stücke 14. Und jetzt schalten wir mal ein gutes DHB Plus ein. Gleich ein Sender drin. Machen wir auch 14. Also wir hören, es ist deutlich lauter. Und es klang jetzt einfach viel besser. So, machen wir mal die Scheibenantenne. Die ist hier ein bisschen unterkommen. Deswegen haben wir mit Cesar hier klebt. Aber es hebt soweit. Aber man hört heute die Unterschiede. DHB Plus. Und UKW. UKW hat sich schon ein bisschen dumm fahren. Also auf jeden Fall. Danke für die Zukunft. Also auf jeden Fall. Und dann kommt es mir mal auf. Und dann kommt es mir auf. Und wir kommen mit mir zum Glückwunsch. Und dann kommen wir mit mir zum Glückwunsch. Untertitelung des ZDF, 2020